Hey, willkommen zu einem Video. Heute gibt es ein kleines Tutorial, auch im Anlass zu Lava. Wir haben ja viel geschnitten, als wir die Monsterfalle IP-Farm gebaut haben aus dem Spawner und deswegen würde ich das hier nochmal in einem extra Tutorial machen. Ich habe hier ein Skelett-Spawner und heute gibt es ein Mini-Tutorial, wie man aus jedem Spawner eine Falle machen kann für A. Monster-Items, B. Erfahrungspunkte, klein und simpel mit Wasseraufzügen und das zeige ich euch jetzt. Kleine Sache noch als Erinnerung, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, diesen noch nicht abonniert habt, würde es mich freuen, wenn ihr das noch machen würdet, weil es gibt jeden Tag interessante Geschichten, ähnlich wie dieses Video rund um Minecraft. Wenn euch das gefällt, dann gefällt euch alles andere bestimmt ebenfalls. Schaut da mal rein und jetzt legen wir los. So, zunächst mal das Schwierigste ist eigentlich einen Spawner, ob das mal zu finden. Wenn ihr Glück habt, ist es auch ein Skelett-Spawner, weil Skeletts sind ja ganz gut wegen Knochenmehl und so weiter und so fort. Zombies finde ich weniger spannend, Spinnen eigentlich auch weniger spannend. Spinnen ist auch noch ein bisschen besonders, da muss man es vielleicht ein wenig anders bauen, aber ich würde mich mal auf den Skelett-Spawner jetzt hier beschränken und die Falle bauen. Spinnen sind halt zwei Blöcke breit und da kann man ein bisschen basteln, aber es geht auch noch. Muss man den Tunnel einfach ein bisschen breiter machen. So, ja, legen wir los. Ich zeige mal, wie wir das hier gemacht hatten. Und ich mache einfach mal hier das Dungeon komplett auch zu. Und wir brauchen eine Spawnfläche. Die Kisten, alles was hier drin ist, kann weggemacht werden. Flipp. Und auch gleich wieder gelöschen. Und wir sind ein bisschen am Buddeln. Alle Blöcke unter dem Spawner werden entfernt, auf eine gewisse Höhe, denn hier werden Wasserströme entlang fließen, die Skelette sammeln. Und dazu ist es etwas schwierig, wenn das Wasser den Spawner bedeckt oder daran vorbeifließt, denn die Skelette spawnen ja dann auch in der Luft um den Spawner herum. Und da würde ich sagen, machen wir so einen kleinen Wissen nach unten Platz, damit er möglichst effektiv ist. Also ich würde sagen, so drei Blöcke kann man mindestens nach unten wegbauen. Die folgende Technik sieht so aus. Wir sammeln mit Wasserströmen jetzt gleich hier die Monster zusammen. Ja, vielleicht hier so doch, das ist eine gute Ebene. Mit Wasserströmen sammeln wir hier die Monster zusammen. Und die werden alle in eine Richtung geschwemmt. Water, zack. Die Falle sieht auch bereits vor, dass wir schon ein bisschen Leben von den Mobs abziehen werden. Moment, das ist vielleicht ja nicht so gut. Da müssen wir im Wasserströmen ein bisschen aufpassen, dass es passt. Ich mach kurz nochmal ganz kurz weg. So, und zwar, es fließt jetzt nach hier vorne. Ja, da will ich mal kurz ein bisschen wegschaffen. Und dann haben wir so einen kleinen Einlass nach vorne auch. Den wir hier vorne auch nochmal, ich hab's einfach die Größe so gelassen, wie es ist. Also es waren eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben mal sieben. So, ähm, in der Mitte hier vorne drei Blöcke weghacken. Auch nach unten und hier ebenfalls nochmal einen frei. Wenn man jetzt nämlich jetzt hier was reinsetzt, dann wird das Wasser perfekt hier nach vorne laufen. Und alle Mobs, die auch seitlich hier drin landen, zip, hier vorne reinschieben. Blub. Und die sammeln sich dann hier. Alles, was in dem Raum fällt, wird dort reingesortiert. Ähm, im Survival-Mode dran denken, dass ihr den Spawner ausleuchten müsst mit Fackeln. Ich hab jetzt einfach mal mir Night Vision gegeben und auf Peaceful gestellt, damit ich spawnen für das Spawn-Tutorial. Aber ansonsten einmal am Spawner Fackeln setzen und hier nochmal an der Wand Fackeln setzen, damit nichts spawnen kann. Das ist, äh, ja, viel, viel besser für das Bauern an sich. Gut. Als nächstes machen wir jetzt hier so einen kleinen Schacht. Der geht nach oben. Zunächst mal, ähm, nochmal einen Block weiter nach hinten. Und jetzt kommen wir hier zu einem Wasseraufzug, der mit Schildern gemacht ist. Also Signs, würde ich gerade mal nehmen. Und, äh, was einmal habe ich hier auch schon. Gut, das werden wir brauchen. Ihr könnt mal wieder, ähm, Wasser nehmen, was ihr habt, in einer ähnlichen Wasserquelle und mal wieder neue Blöcke setzen. Gut. Zunächst mal, ähm, Wasser fließt hier rein. Hier ein Schild. Ich mach die einfach an die Wand, einfach mal, zack. Und hier hinten auch. So. Dann als nächstes kommt hier vorne ins Sein dran. Ihr wartet, Entschuldigung, nicht ganz. Ähm, wir müssen noch eins weiter nach hinten gehen. So in der Art. Und hier hinten kommt erstmal Wasser unten dran. Flipp, 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 flipp. Und jetzt machen wir folgendes. Abwechselnd haben wir jetzt hier, ähm, Wasser und kein Wasser. Wasser und kein Wasser. Wasser und kein Wasser. Und das heißt, hier ins Sein dran nochmal. Und wenn wir jetzt hier in der Luft Wasser platzieren, dann haben wir auch hier wieder eine Wasserreihe. Wasser, Schilder, Schilder, Wasser. Und dann einfach die ganze Zeit abwechselnd einmal nach oben machen. Hinter, erplanen dahinter, das ist ein Mobaufzug. Skelette werden ja, haben folgende Eigenschaft, ja. Die, ich kann ja mal so ein Dummy-Skelett spielen. Wenn die gespawnt werden in der Luft, dann fallen die so unter. Und die können einfach nur hüpfen. Die springen einfach, so wie ich jetzt springen und werden vom Wasserstrom einfach nur getrieben. Und früher oder später kommt man da rein. Eine Sache, wie man auch bedenken sollte, ähm, drei Blöcke muss man es hoch machen, um es zu erleichtern. Fällt mir gerade so auf, weil Skelette, äh, haben da so ein kleines Problemchen. Die, äh, würden ansonsten hängen bleiben, wenn die ganze Zeit am Hüften sind, so. Und so kommen wir dann wesentlich besser hier rein. Zack. Und die werden dann auch hier reingeschoben und nach oben getrieben. Jo. Moment, ich habe eine kleine Unstimmigkeit gefunden. Wir hatten das nochmal abgeändert, weil wenn die Schilder hier vorne dranhängen und jetzt hier seitlich was reingerutscht kommt, dann bleibt das hier hängen und kommt nicht um die Ecke. Wir hatten das anders tatsächlich gemacht. Wir hatten, ähm, das in der Mitte sogar weggemacht. Nur die äußeren hier am Start. Nee, warte, warte, warte. Äh, Moment. Muss man alles wegmachen und neu setzen. Das Problem ist, hast du Wasser einmal platziert, dann verbindet sich das irgendwie, auch wenn die Quelle schon längst abgebaut wurde. So und so. Nee, Quatsch, in der Mitte kann ich weg. Und einfach nur zweiseitlich so machen. Tada. Und jetzt geht es nach vorne. Wir hatten hier vorne noch einen Einzelnen reingesetzt, so. Und jetzt, für den Fall des Falles, wenn man ankommt, flipp, rutscht man wieder gut rein. Und wird sofort hier auch rein und weiter transportiert. Also, das passt jetzt. Ähm, nur dran denken, hier unten eine Massequelle rein. Eine rechts, eine links. Und, ja, wir hatten das ein paar Mal bearbeitet. War blöd. So, dann seitlich hier platzieren. Und jetzt geht es die ganze Zeit abwechselnd nach oben. Und zwar, äh, etwas hoch. Kommt drauf an, wie hoch, wenn ihr auf der anderen Seite die Sammelstation baut. Denn die Skelette würden ja dann mit dem Aufzug nach oben transportiert werden. Dann werden sie zur Seite geschwemmt. Dann fallen sie wieder nach unten. Und wenn sie nach unten fallen, dann bekommen sie dadurch, äh, Falschschutz. Schaden. Und möglichst sollten Skelette dann, ähm, ja, so ihre 20, 21 Blöcke fallen. Damit die ein halbes Herz noch übrig haben. Und entweder man macht den Aufzug halt höher. Oder man macht die Sammelstation etwas tiefer. Man sollte nur mit der Sammelstation nicht zu weit weg sein vom Spawner. Weil, ähm, wenn man weiter weg ist als 15 Blöcke und der AFK steht, dann spawnt der Spawner keine Mobs mehr. Also man muss immer in der Nähe von 15 Blöcken um diesen Spawner-Serum aufhalten. Also würde man die Sammelstation vielleicht einen Block direkt hier hinter dieser Wand machen oder sowas. Gut, ähm, ich würde das jetzt eben mal ein bisschen fortsetzen noch. Und auch noch freikloppen nach oben. Wir zählen mal so ein ganz kleines bisschen die Blöcke. Und gucken mal, dass wir dann auf der gleichen Ebene irgendwie wieder rauskommen. Das sollte ja recht fix hier eigentlich gehen. Die ganze Zeit Schilder platzieren und Wasser platzieren, Schilder platzieren, Wasser platzieren, Schilder platzieren, Wasser platzieren und so weiter und so fort. Und da würde ich mal ganz kurz eben ein bisschen basteln. Also, hier gehen sie rein, wenn die Sammelstation hier da hinten ist. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ich mache es mal großzügig zwölf. Zwölf Blöcke hier. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich mache mal bis hier oben hin so. Das sollte in etwa hoffentlich, ähm, reichen. Ansonsten, man nimmt halt ein Schwert und dann sind die trotzdem mit einem Schlag auch schon weg. Gut. Und jetzt heißt es ein bisschen basteln. Das werde ich gleich ein bisschen überspringen, damit ihr euch das nicht angucken müsst. Aber auch hier vielleicht den Block, äh, den Raum drei Pläcke hoch machen. So, und dann wird ein Eimer nach hinten geschwemmt. Und theoretisch reicht das auch schon, wenn wir, ähm, ja, wenn wir so einen Wasserblock setzen, der zur Seite fließt. Und hier hinten geht es direkt schon wieder nach unten. Und da kann man jetzt auch gucken, den, so einen Block breit würde eigentlich reichen. Gut. Einmal nach unten buddeln, die ganze Strecke wieder und dort eine Sammelstation machen. Und jetzt fülle ich dann erstmal jetzt das Wasser in die Schilder auf. So, die Sammelstation steht. Wenn man mal kurz nach oben geht. Ich habe übrigens auch mal noch nach hinten gebaut, um zu testen, wie weit ich jetzt runtergraben muss. Wir fahren ein ganzes Stückchen nach oben. Ja, alles mit Schildern, Wasser besetzen. Oben kommt hier hinter die Schilder eine Wasserquelle, flupp, die dann alles nach vorne schwemmt. Und dann tauchen die Skelette hier auf, flupp, flupp, werden dann nach vorne geschwemmt und fallen hier hinten alle eiskalt runter. Und hier machen wir jetzt noch eine kleine Sammelstation hin, sodass wir die ganz gut, äh, klatschen können. So, also alle Skelette würden jetzt hier runterfallen und auf diesen drei Blöcken landen. Und da kann man halt ein bisschen was bauen. Ich würde einfach mal, ähm, wegkloppen alles seitlich. So, damit man ein bisschen Platz hat zum Arbeiten oder so. Und, ähm, ja, beliebig. Man kann mit, man kann mit Fanskates ein bisschen was machen. Habe ich schon öfters mal gesehen bei anderen Leuten aus den Projekten. Ähm, muss man allerdings vorher erst Blöcke setzen, weil ansonsten passen da keine, kann man keine Fanskates platzieren. Tada, irgendwie sowas hier. Beziehungsweise an die Ecke kann man dann einen Block oder irgendwas nehmen. So, dann einmal wegbauen. Sowas und meinetwegen nochmal eins drunter oder so. Obwohl, dann kann man eigentlich durchschlagen dann. Ne, kann man gar nicht mal. Was man auch, ich mache, so wie ich gemacht hatte. Man kann ganz einfach Steine nehmen. Das reicht vollkommen aus. Einfach Steine, so. Mobs fallen dann hier drauf. Bleiben hier stehen, alles gut. Wenn man will, kann man auch ein bisschen, ähm, tiefer stehen sozusagen. Und dann hier von unten reinschlagen. Ähm, idealerweise, übrigens noch folgendes. Man kann Hopper verwenden, um Items automatisch zu sammeln. Und Slabs, um, ja, damit die Mobs dann da drauf stehen, damit das auch durchgezogen wird. Und also, nächste Geschichte nochmal. Mal, ich baue das hier gerade nochmal alles weg. Einmal eine Slap-Ebene, beispielsweise hier. Dann eine Hopper-Ebene, beispielsweise hier. Die zeigen alle zur Seite. In eine Kiste rein. Eine Chest. So, und damit hätten wir das schon. Jetzt müssen einfach nur stehen. Und die Skelette würden sich mit der Zeit sammeln. Die könnte ich nicht angreifen, weil sie mir nur so einen halben Fuß raushängen. Und wenn ich jetzt auf Easy stellen würde, dann früher oder später, wird hier drüben der Spawn anfangen zu spawnen. Das ist auch gerade passiert. Ich werde noch ein bisschen nachhelfen mit Spawn-Eiern. Was passieren kann, ist, dass Skelette teilweise hier vorne noch dran hängen bleiben. Mal so, ja. Die bewegen sich auch noch leicht. Das heißt, es kann sein, dass sie auch noch mit reinrutschen oder reingeschoben werden von nachfolgenden Skeletten. Wenn nicht, dann könnte es auch mal sein, dass sie ertrinken. Einfach hier ersticken. Zack. So, und wenn ich mal dann mal kurz nach hinten gehe. Hier fahren jetzt die Skelette nach oben. Und ganz, ganz oben kann man so gut. Sie kommen jetzt hier an, ja. Und werden zur Seite geschwemmt. Ein paar Skelette, die an der Vorderseite hängen, kann sein, dass die ein bisschen brauchen. Die bewegen sich aber auch wieder teilweise. Und werden dann mal in die Mitte gehen. Und dann auch hier reingeschwemmt. Früher oder später bewegt sich eins. Das hatte ich eben gerade auch schon gehabt. Aber, verdammt. Ja, kann manchmal ein bisschen dauern. Und hier unten sammeln die sich dann. Und wenn man die dann schlägt. Vielleicht kann man auch noch was optimieren oben bei den Wasserströmen. Dann kann man sich hier schön die EP abfarmen. Kann ich hier durch? Jetzt da. So, vielleicht den Boden doch mal ein bisschen erhöhen. Schnell doch ein bisschen niedrig. So. Und jetzt kann man hier ganz gechillt farmen. EP werden eingesammelt. Neue Skelette kommen nach. Da ist schon wieder ins Nachgefallen gerade. Vielleicht, weil ein neues gekommen ist oder weil die von oben zur Seite gelaufen sind. Und Items landen hier drin. Und das heißt, einfach AFK stehen bleiben. Und früher oder später kommt da genug zusammen. Man steht nah genug an dem Spawner dran, dass hier hinten noch ein paar hier gespawnt werden. Guck mal, wie viele sie hier stapeln. Werden nach oben transportiert. Manchmal bleibt es ein bisschen. Aber ja, das passt schon. Ganz gut. Ansonsten einfach AFK stehen bleiben. Da kommt schon das nächste. Da kommt einiges da. Wieder das nächste hier. Das geht am laufenden Band. Das ist schon recht effektiv. Ja, testet es aus. Das wäre... Ah, hier. Jetzt geht es richtig ab hier. Alter. Guck ich das mal an hier. Komm, mach sich zusammen. Ja. Also, das ist der Trick dahinter. Und das ist eine ganz gute EP-Farm. Die ist günstig. Du brauchst nur Holz und Wasser. Und einen Spawner. Und halt hier ein paar kleine Scheiß-Sachen. Naja. Ach ja, bevor ich es vergesse. Das geht übrigens nur in der 1.12. Und niedriger. In der 1.13 können Skelette nicht mehr schwimmen. Und die schwimmen Wasser nicht mehr nach oben. Deswegen, äh... Ja, ist schlecht. Die sinken nämlich nach unten. Immer. Gut. Wisst ihr Bescheid. Also, ich denke mal, die meisten Mod-Packs sind alles. Ist noch in älteren Versionen. Und das war jetzt das Tutorial für Lava, was wir hatten. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, so Tutorial hat mir noch in der Playlist gefehlt. Ich habe schon ein ähnliches Moron-Tutorials. Und was ich schon mal gezeigt habe. Das war schon sehr, sehr lange her. Ich dachte, es wurde mal wieder Zeit. Schaut ansonsten mal ein bisschen in der Playlist euch umher. Der Tutorial-Playlist. Gibt es noch ein paar interessante Sachen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis in das Karren. Und tschüss. Bis in das Karren.